So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Risen. Wir waren gerade mitten dabei, mit Fred zu reden. Hallo Fred. Ich bin sowas wie der Mundschenk der Magier. Ich habe den Schlüssel zum Weinkeller von Meister Ignatius persönlich bekommen. Okay. Was sagen die Magier dazu, dass du mit dem Wein handelst? Ach, die haben doch ganz andere Sorgen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir sowieso alle dem Untergang geweiht. Warum sollten wir den Wein dann aufheben? Also, wenn du mal Bedarf hast, kann ich dir ein paar Flaschen überlassen. Ich komme darauf zurück. Und wenn du Bedarf an besonderen Fähigkeiten hast, bin ich auch dein Mann. Gib mir den Kellerschlüssel. Das ist nicht nur ein schnöder Kellerschlüssel. Das ist der Schlüssel zur Quelle der Glückseligkeit. Dann gib mir den Schlüssel zur Glückseligkeit. Genauso gut könntest du verlangen, dass ich mir das Herz rausreiße. Ich will ihn doch nur mal kurz ausleihen. Das kommt gar nicht in Frage. Äh, was für besondere Fähigkeiten denn? Naja, Fähigkeiten, die nicht unbedingt jeder Ordenskrieger beherrscht. Nun sag schon, was du meinst. Ich rede von Geschicklichkeit. Vom Schleichen und vom Taschendiebstahl. Äh, ich sehe mal, ob ich jemanden finde, der dich ablöst. Weißt du was? Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Du lässt mich nicht in der Scheiße sitzen. Hier, nimm die Flasche. Ich vertraue dir. Und noch was. Schnapp dir einen von den Novizen. Die haben doch eh nichts anderes zu tun, als zu fegen. Gut, die... Was kannst du mir beibringen? Geschick, Taschendiebstahl, Schleichen. Uiuiui. Was kostet beides für mich? Ich will ein besserer Taschendieb werden. Um jemandem etwas zu stehlen, muss er abgelenkt sein. Sprich ihn einfach an. Am besten stell ihm eine Frage, damit er nachdenken muss und abgelenkt ist. Dann zieh ihm einfach die Beute aus seiner Tasche. Gut. Bring mir bei, wie man richtig schleicht. Wenn du wirklich leise sein willst, musst du die Zehenspitzen zuerst aufsetzen. Achte darauf, dass du auf keine kleinen Äste oder so trittst. Sie würden dich verraten. Du musst langsam sein. Du darfst nichts überhasten. Wundervoll. Sag mal. Ich habe eine Frage zum Taschendiebstahl. Pass auf. Das Wichtigste ist, dass du dein Gegenüber ablenkst. Nur so kannst du ihn erfolgreich beklauen. Na gut, das ist ja super. So, jetzt können wir Taschniebstahl machen. Wir stellen jemandem eine Frage und können dann einfach irgendein Beliebungsitem aus seiner Tasche holen. Was ganz praktisch ist. Fred vertraut mir. Dann solltest du sein Vertrauen nicht enttäuschen. Erst dann hast du diesen Teil meiner Prüfung geschafft. Okay. Das war gerade gar nicht geplant. Aber egal. So, da waren wir. Hier. Ich gehe jetzt hier zum Weinkeller. Ich weiß es gar nicht. Das ist gar keine Tür. So, subdi-dubi-dubi-dub-dub. Du hast noch irgendwas zu quatschen? Du kannst mal Fred bei der Arbeit ablösen. Was ist das für eine Arbeit? Wer misst Haufen? Vergiss es. Okay, schade. Hätte sein können. Äh. Weinkeller. Tü-düm. Dann gucken wir noch mal, was es unten so alles gibt. Wein. Wer hätte das gedacht? Können wir es ganz fast mitnehmen und verkaufen? Das ist bestimmt ein bisschen mehr wert. Naja. Meine Güte. Zack. Alles sehr gruselig, mysteriös hier unten. Ich gucke gerade mal, sonst ist ja erstmal nichts. Wie gesagt, ist nicht sehr spannend, der Weinkeller, aber gratis Wein. Und Wein ist nicht nur gut, um sich sinnlos zu besaufen. Nein, damit kann man auch Tränke herstellen. Das ist ein bisschen wichtiger. Hast du auch richtige Waffen? Was würdest du davon halten, wenn ich dir mal eine von meinen Waffen um die Ohren haue? Dann wirst du schon sehen, wie gut die sind. Und da ist seine Waffe weg. Und so können wir sozusagen halt das ganze Zeug nochmal wegholen. 300 Gold. Hm. Ich wollte gerade ausrechnen, weil er hätte ja auch nicht wenig Gold dabei gehabt. Ob es jetzt gelohnt hätte, sein Gold zu stehlen? Nee, hätte es sich nicht gelohnt. Ähm. Den kannst du noch haben. Das war's erstmal. Das kannst du auch noch haben. Das braucht man nämlich nicht. Äh. Ja. So. Dankeschön. Ähm. 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 So, was müssen wir jetzt mal machen? Ich bin gerade ein bisschen raus. Grundausbildung. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Weiter können wir. Wir können uns wahrscheinlich nicht hier hoch halt. Da umsteht ja die Wache und die sagen uns halt, nein. Wir dürfen nicht weiter. Ähm. Aber was wir jetzt noch tun könnten, ist... Aber hier lang zu gehen? Nein. Hier lang zu gehen? Um den Typ mir zu quasseln. Hey Bruder, warte mal! Was ist los? Du kannst den Friedhof nicht betreten, also geh wieder trainieren. Ähm. Warum kann ich den Hof nicht betreten? Hier werden Artefakte gelagert. Artefakte, die nicht nur wertvoll, sondern auch gefährlich sind. Warum gefährlich? Die Artefakte kommen aus den Ruinen. Wer weiß, welche alte Magie sie beinhalten. Zu deiner eigenen Sicherheit ist es besser. Du gehst jetzt. Hm. Ach komm, komm, lass mich durch. Nein, auf keinen Fall. Es sei denn... Was? Warst du schon bei Harlock? Ja, ich hab schon mit ihm gesprochen. Dann hast du auch schon den Eintopf von ihm bekommen. Und? Gib ihn mir. Dann lass ich dich durch. Ach Mensch. Auf Wachdienst hätte ich ja überhaupt keine Lust. Frag mich mal. Meinst du, mir macht das Spaß, sich hier die Beine in den Bauch zu stehen? Ich sage dir, du fängst an nachzudenken. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Spinn an Erdbeben. Aber egal, komm. Ich mach das nicht gerne, aber wenn du weitergehst, muss ich dich verprügeln. Hier, nimm den Eintopf. Der ist ja schon kalt. Und jetzt? Soll ich ihn dir etwa noch aufwärmen? Nein, schon gut. Wegen mir kannst du dich auf dem Hof umsehen. Aber halte dich von der Gruft fern. Und fass nichts an. Ich glaube, wir gehen erstmal in die Gruft. Oh. Einen Moment. So. Es geht weiter. Wir waren gerade hier bei der Truhe. Oh, ein bisschen Gold. Bisschen Stuff. Wunderprächtig. Wunderprächtig. Ich will es haben. Pils Nummer 1. Pils Nummer 2. Uh. Ah, hier ist jetzt gesagt, wir haben nicht Erdbeben. Ist hier noch irgendwas? Uh. Hier ist was vergraben. Ich klicke einfach ab und zu dann. Hier ist was vergraben. Klopp. Okay. Buddel. Buddel. Immer noch Buddels. Und da ist er tot ist und da wäre sozusagen, ähm, ja sowas wie die Erdbeben. Erdbeben sind aber jetzt in dem Haus, äh, in seiner Stube wohnen. Und gehört es auch sozusagen auch uns. Boah, 3600. Also so vielleicht früher nie, glaube ich. Oh, ein Steinplatte. Oh, ein Steinplatte. Helden der alten Zeit. In den alten Tagen lehrte ein Mann die Kunst des Kampfes. Berengir. Berengir, ein Magier, der den Kampf mit dem Stab meisterlich beherrschte. Er sagte einst zu seinem Schüler, ich kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Ich kenne das aus Matrix. Aber gut. So, bist du? Du bist tot. Du bist auch tot. Kein Toter. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ah, schade. Da kommen wir wohl nicht rein. Ein Skelett. Nichts. Noch ein Skelett. Und ein Thron. Noch ein Skelett. Ah, hier ist Berengir und da ist auch die Schlüssel. Die Schlüssel vor allem. Da ist die Schlüssel. So, gut. Können wir es ja mal öffnen. Hui. Und sie da. Weißer im Kampf. Wir sollen noch Weißer im Kampf finden. Ja, gut. War ein kleines Rätsel. In Wirklichkeit war es einfach nur ein Buch. Und da haben wir es gefunden. Schöne Geräusche, ne? Dip, 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 dip. Ich habe genügend eigene Sorgen. Ja, ja. Ich glaube, wir brauchen doch gar nicht die Dinger. Weil man kann entweder halt ihm einen Eintopf geben, dem Typen da. Oder halt die Äpfel. Das heißt, wir futtern so nicht wieder selbst. Nom, nom, nom. Oh, wir haben wieder einen Stärkung bekommen. Noch? Na, komm. Na, komm. Futtern sie eben auf. Lecker schmecker. Äh, gut. So, lieber Vitus. Ich habe Weisheit im Kampf gefunden. Du hättest mir auch sagen können, dass es sich um ein Buch handelt. Ja. Aber das wäre nur halb so witzig gewesen. Es ist ein gutes Buch. Du solltest es lesen, falls du das noch nicht getan hast. Du kannst das Buch behalten. Wenn du es durch hast, gibt es einem, der es lesen wird. Diesen Teil meiner Prüfung hast du bestanden. Wunderbar. Äh, gut. Dann lesen wir das doch mal. Der weise Kämpfer benutzt seinen Verstand. Der weise Kämpfer wählt den Stab als seine Waffe. Nein. Der weise Kämpfer lernt die Magie des Kristalle. Bäh. Lernt die Magie der Kristalle. So rum. Die Kombination aus Stab und Magie kennzeichnet den weisen Kämpfer. Der mutige Kämpfer wählt den Pfad des Feuers. Denn die lodernde Flammen entfalten ihre verheerenden Macht erst nach langer Konzentration. Der vorsichtige Kämpfer wählt den Weg des Frostes. Denn sein eisiger Hauch friert seinen Gegner gegenüber ein. Der wütende Kämpfer wählt Geschosse aus reiner Magie und lässt sie unterstützt durch die Hiebe seines Stabes auf seine Gegner niederregnen. Nur der wache Meister des Kampfes vermag Nutzen aus mehreren Kristallen zu ziehen. Das war's auch. Job. Haben wir wieder aus dem Tier lernt? Oder auch nicht? Ehm. Ehm. Hallo. Hi. Ehm. Ehm. Was machen wir jetzt? Ja, schön ist das ja ausführend, aber er sagt mir ja nichts mehr, oder? Hey. Kennst du einen guten Witz? Hm. Ja. Pass auf. Drei Rekruten sollen eine Ruine untersuchen. Der erste geht rein. Nach einer Weile kommt der Blut verschmiert wieder. Die anderen fragen besorgt, hör mal, was ist denn passiert? Den kenne ich schon. Mann, die wollte ich gerade hören, die kenne ich noch nicht. Aber so hat er wohl nichts mehr zu sagen und zu machen. Können wir hier die anderen. Ich muss gegen Bronco antreten. Tja, wer weiß. Vielleicht gewinnst du ja. Tritt gegen ihn an. Ich denke, das wird dir nicht schaden. Wenn du nicht mit ihm fertig wirst, helfe ich dir. Ähm. Ähm. Glaubt er mich denn nicht? Fühlen nicht gewöhnlich besiegen. Wenn man sozusagen, also, wenn man halt besiegt wird, dann klaut die einem viele Items. Ich trete gegen dich an. Dann werde ich dir mal zeigen, was ein guter Krieger drauf haben muss. Gut, dann. Wie ist das ja jetzt geplant zu verlieren? Ich glaube, dann lege ich mal den Stock an. Und ich habe Angst, dass er unsere Waffen klaut. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Eieiei, macht ja viel Schaden. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir dein Gold nehme. Äh, doch, eigentlich schon. Unser Staff hat er jetzt auch geklaut. So. Und er hat uns ordentlich belangt. So, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Fordere mich erst wieder heraus, wenn du trainiert hast. Okay, gut. Na ja, gut, dann haben wir jetzt kurz verloren. Unser Geld verloren. Aber das kriegen wir hoffentlich wieder. Wie kann ich mit Bronco fertig werden? Tja, entweder du trainierst so lange, bis du ihn besiegen kannst. Oder? Oder du sprichst mal mit Kaspar. Der kennt sich mit Tricksereien aus. Okay, gut. Trägen wir mit Kaspar. Kaspar, 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 wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich muss gegen Bronco antreten. Ach du Scheiße, schätze, er mag dich nicht besonders. Kannst du mir helfen? Weißt du, warum er so gut ist? Er hat ein magisches Schwert. Du hast nur eine Chance, wenn du es schaffst, dass er mit einer anderen Waffe gegen dich antritt. Worte allein werden dafür nicht ausreichen. Mach ihn betrunken. Gib ihm Wein. Und das soll funktionieren? Klar. Und wenn er ein paar Flaschen Wein getrunken hat, gibst du ihm einen richtig harten Tropfen. Einen Wein, der seine Birne in einen Haufen Gebrösel verwandelt. Und du musst dir vorher natürlich eine andere Waffe für ihn besorgen. Eine schlechte Waffe. Okay, gut. Wer hat wohl Waffen? Wer hat auch schlechte Waffen? Ich würde mal überhaupt eine Schmied nehmen. Äh. Ich brauche eine schlechte Waffe. Willst du mich beleidigen? Nein, ich meine es ernst. Du hast doch bestimmt eine schlechte Waffe. Ich habe nur gute Waffen. Also hau ab, du Spinner. Hä? Aber es geht um Bronco. Ist mir egal. Hör zu. Ich weiß, dass du ein guter Schmied bist. Ich bin ein hervorragender Schmied. Genau. Aber hast du nicht irgendein rostiges, altes Einzelstück, das du nur aus sentimentalen Gründen aufhebst? Naja. Also. Ich habe da noch ein Stück Stahl. Das hat ein Tumba-Lehrling vor 20 Jahren aus einer Bratpfanne zusammengeflickt. Klingt gut. Es lag jahrelang in einer Pfütze mit fauligem Wasser. Sehr gut. Es ist schwer. Unhandlich und stumpf. Wahrscheinlich das schlechteste Schwert der Welt. Das ist genau das, was ich suche. Kann ich es haben? Da du dich dafür begeistern kannst, sollst du es haben. Dankeschön. So. Würde ich sagen, brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Leben. Und dann geht's ran. An Bronco. Aber ich würde sagen, das ist in der nächsten Folge von Let's Play Risen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Blatt. Tschüss.